Herzlich Willkommen zum begleitenden Podcast der Tagung 20 Jahre Interdisziplinäre Medienwissenschaft. Mein Name ist Steffen und ich bin heute wieder euer Moderator. Heute sprechen wir über die Gutenberg-Galaxis und mit mir im Studio ist heute Bonny. Herzlich Willkommen Bonny. Möchtest du dich einmal gerne kurz vorstellen? Ja, danke schön. Genau, ich bin Bonny, ich bin 23 und bin jetzt im vorletzten Semester meines Studiums. In dem ersten Teil unseres Podcasts geht es um die Gutenberg-Galaxis. Der Begriff geht auf den Kanadier Marshall McLuhan zurück. Vielleicht könntest du deshalb einmal kurz erklären, wer Marshall McLuhan überhaupt ist bzw. war. Ja klar. Also McLuhan gilt heute als so etwas wie der Gründervater in Anführungsstrichen der Medienwissenschaft bzw. auf jeden Fall der Medientheorie. Zu der Zeit, als er geforscht hat, also so in den 1950er und 60er Jahren, gab es die Medienwissenschaft in der heutigen Form noch nicht. Er hat aber die verschiedenen Disziplinen, in denen er gelehrt hat, immer wieder auf die Medien angewandt. Kannst du einmal kurz erklären, welche Medien das konkret waren? Ja, also er war vor allem in den Bereichen Philosophie, Geisteswissenschaften und Kommunikationstheorie tätig. Er war aber auch Literaturkritiker sowie Theoretiker und Professor für englische Literatur. Okay, und was genau hat das mit der Gutenberg-Galaxis zu tun? McLuhan hat in seinem Werk Die Gutenberg-Galaxis, das Ende des Buchzeitalters, diesen Begriff quasi eingeführt. Darin befasst er sich mit der medialen Bedeutung des Buchdrucks und dessen Folgen. Es gilt heute auch noch als eines seiner Hauptwerke. Daneben ist er vor allem für die Aussage, das Medium ist die Botschaft bekannt, die heute noch eben so als die Hauptaussage von McLuhan gilt. Damit hat er erstmals den Blick vom Inhalt der Medien weggelenkt hin zu deren Funktionsweise und Auswirkungen und damit diesen Grundstein der Medientheorie gelegt. Und was aus heutiger Sicht auch als sehr interessant und vorausschauend von McLuhan gilt, ist die These des globalen Dorfes. Er hat nämlich lange vor dem Internet angekündigt, dass das neue elektronische Zeitalter nach dem Buchdruck auf der einen Seite lokale und nationale Grenzen der Kommunikation überwinden könne und auf der anderen Seite privateren Mitteln sozialer Kontrolle ausgesetzt sein würde und daher dieses Dörfliche, als das beispielsweise zuvor in Zeitungsreaktionen der Fall war. Und daher hat er das globales Dorf genannt, das was auf das Buchdruck-Zeitalter folgen würde. Das heißt, McLuhan hat quasi verschiedene Medien-Epochen eingeteilt? Genau, also McLuhan hat unsere bisherige Menschheitsgeschichte in bislang vier Medien-Epochen eingeteilt. Dazu muss man sagen, dass er die letzte gar nicht mehr miterlebt hat. Also das wird dann jetzt quasi sofort geführt nach seiner Theorie. Er hat zunächst die orale Kultur definiert von circa 150.000 vor Christus bis 3.500 vor Christus. Darauf folgte dann die Schriftkultur bis ungefähr 1550 und dann eben die Buchdruckkultur, die bis 1991 datiert wird. Und seitdem wird vom elektronischen Zeitalter gesprochen, beziehungsweise auch einer Informationskultur oder auch der Kultur der Digitalität. Dabei ist, finde ich, auffällig, dass die Medien-Epochen im Laufe der Zeit immer deutlich kürzer werden. Ja, zwischen rund 150.000 Jahren und 400 Jahren liegt schon ein erheblicher Unterschied. Da wir uns ja heute mit der dritten Medien-Epoche beschäftigen möchten, können wir vielleicht noch einmal auf den Begriff der Gutenberg-Galaxis zurückkommen. Was bedeutet er genau? Also die Bezeichnung Gutenberg-Galaxis bezieht sich auf Johannes Gutenberg, der 1450 die Druckerpresse mit beweglichen Lettern erfand und somit als Begründer des Buchdrucks gilt. Der Begriff umfasst dabei eine Welt, die maßgeblich durch den Buchdruck als Leitmedium geprägt ist. Und McLuhins Medien-Epochen gehen immer auch mit maßgeblichen gesellschaftlichen Veränderungen einher, beispielsweise auch im sozialen Bereich, die er in diesem Werk beschreibt. Und was waren das in diesem Fall für konkrete Veränderungen? Also durch den Buchdruck war es erstmals möglich, Bücher massenhaft und günstig zu produzieren. Das hat zu einem Anstieg des Bildungsniveaus geführt, sowie zu einer Alphabetisierung der breiten Masse. Also vorher waren Lesen und Bildung immer für einen kleinen Teil der Gesellschaft vorbehalten. So kam es zu einer Leserevolution und Wissen wurde allgemein zugänglicher. Dadurch wurden auch erstmals verschiedene Meinungen massenhaft verbreitet. Und das hat in der Folge zu einer öffentlichen Willensbildung und auch einer Forderung nach Teilhabe geführt. Und das wiederum eben auch zu Zensur und einigen Konflikten. Darüber hinaus hat der Buchdruck aber auch das Denken, die Sprache und die Wissenschaft ganz grundlegend verändert. Inwiefern hat er das verändert? Also ein Beispiel wäre, dass der Buchdruck die heutige Form von Individualismus ermöglicht hat. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine Möglichkeit, sich selbst oder auch sein eigenes Werk, das man niederschreibt, für die Nachwelt festzuhalten und vor allem zu verbreiten. Eine ganz andere Entwicklung ist die Grundlage für unser modernes Wirtschaftssystem. Also durch die Festlegung und Wiederholbarkeit von Konsumgütern, in diesem Fall dann von Büchern, wurde auch ein fester Preis für diese etabliert. Und dadurch entstand erstmals eine Form des modernen Marktes und vor allem auch unseres Preissystems. Da höre ich schon raus, dass es ein sehr komplexes Thema ist, über das wir noch sehr lange weiterreden könnten. Falls ihr Lust darauf habt, kommt sehr gerne im Rahmen der Tagung zum 20-jährigen Jubiläum des Studiengangs Interdisziplinäre Medienwissenschaft am 26. Januar hier nach Bielefeld. Oder ihr hört vorab schon einmal in die anderen beiden Folgen des Podcasts zur Tagung. Darin geht es einmal um künstliche Intelligenz und außerdem um das Spannungfeld zwischen der guten Berggalaxis und künstlicher Intelligenz.